so wie angekündigt geht heute weiter mit blue kala ja damit ein herzliches willkommen zurück es war aufgelegte sind nein alles gut wir wollen jetzt geht es daran das geld zu verdienen die autos und fertig also man geht ja auch zu für 329 so wie ich das gerne hätte und dann haben wir soweit auch erst mal so meine autos ich möchte gern was habe ich gesagt ist das es ist doch das geiler so wir haben neue fahrer bis auf ja gut wir haben neues auto werden sie kriegen natürlich dementsprechend auch neue leute und deswegen werden auf was wird ja ist gut ja stelle ich mich so an ja der skyline ist ja kein skyline ich sag es immer nur so ist es geht ja aber der wird jetzt natürlich erst mal ja ich glaube herzlich willkommen auf jeden fall mal einigen neuen fahrern niemand war ja du bist ihr mich reingefahren kollege so Ich wollte dich nur blockieren, lass du mir nicht. Ich will doch einfach nur das Rennen gewinnen, lass mich doch einfach nur. Was? Oh nein! Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit nicht gerechnet. Nein, 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 Mann! Konzentrier dich aufs Rennen! Was machst du? Das ist wohl im, dass das natürlich der eine da vor mir ist. Scheiße! Den Fehler habe ich selber eingebauten, weil ich da falsch abgebogen bin. Sonst wäre ich das Rennen wahrscheinlich ziemlich locker geworden. Wir wollen natürlich Geld verdienen, das ist klar. Ich habe mich hier falsch abgebogen mit der Karre, dann wäre das definitiv machbar gewesen. Ich habe es ja am Ende nochmal gut rausgeholt. Ich habe es ja am Ende. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Und los geht's Ja, ich hab dich jetzt nicht weggerammt, sondern... Danke, äh, Mann! Sie krieg ich nicht weg, ey, da vorne, Medusa! Wir sind da richtig fertig! Könnt ihr die Olle nicht einfach mal selber wegballern? Man müsste eigentlich immer warten, bis ich da bin, der erste... Müsst ihr eigentlich immer auf mich gehen, ey! Der Scheiß-Koppel, ich warte auf den, er geht her, der erste kann ruhig weg, den, aber der andere, der darf nicht... Komm, wir fahren hin, ich rock das Ding da, ich rock das Ding da! Geh mal da weg! Oh, du hast ja doch was drauf! Geh mal da weg! 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 Wir fahren in einander. Du brauchst einen besseren Wagen. Wie den von dir? Ich weiß gar nicht, ob ich den jetzt... Ja, ich glaube, ich habe da gerade jetzt einen runtergeballert. Ich freue mich nicht so früh. Ich sage ja, ich rocke das Ding noch. Ich rocke. Wir haben es geschafft. Ich sehe es sogar letzter geworden mit am Ende über 20 Sekunden. 21 Sekunden waren es am Ende fast. 21,2, wenn es genug ist. Ich glaube, es ist klug schießen. Am Ende hatte ich fast vier Sekunden Vorsprung. Habt ihr euch es geschafft? Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, geil noch. Mal, kommt sich da ja. Weil wir es können. Ich sehe das einzige Rennen, das wollte fahren. Die Ziele tat mich von der Straße. 44, 40 hat mich abgehängt. Besuch jetzt bei Lakeshore Quarry entwischt. Zentrale, wir haben das Ziel verloren. Verfolgung abgebrochen. Hey. Hey. Alles klar? Hm? Oh, sorry, kiddo. Hab noch einen Auftrag für dich. Lamborghini Cootage. Der Standort kommt. Okay. Hey. Weißt du, was mit Tess los ist? Sie wirkt irgendwie wie weniger Tessig. Echt gruselig. Bei Tess kann man nie wissen. Aber gesagt hat sie nichts. Na gut. Aber wenn sie sich irgendwie komisch benimmt, sag Bescheid. Tess benimmt sich immer komisch. Ja, ganz genau. Halt mich auf dem Laufenden, ja? Wir sehen uns in der Werkstatt. Geht klar, Ryder. Ja, war übrigens jetzt nur gerade der Tanksteller noch freigestellt. Oh, scheiße, ich kommst wieder an der Backe. So, wir wollen wieder 15.000 holen. Der war 21.000. Also wir müssen jetzt ein bisschen nach und nach der Autos. Ja, super. Tschüss, Gott. Ja, am besten wechselst du die... Ihr könnt ja die Spur wechseln. Das ist ja zu einfach. Ich bin ein bisschen, ich muss Spur wechseln. Warte mal kurz, hier ist irgendwo noch ein... Ähm... Mal kurz... Da ist es. So, jetzt werden wir noch acht für die Herausforderung. Die mache ich aber auch nur so nebenbei. Die werde ich jetzt nicht die ganze Zeit suchen. Oh, das wird mir gerade auch ein. Blööööö!! Oh! 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 So. Oh, nimm deine Scheißkarre! Bleib doch mal auf deiner Spur, dann wär ich doch locker vorbeigekommen. Ich muss doch rüberziehen, ich bin ein bisschen. So, ich fahr mal da hoch. Okay, das war jetzt mein Fehler? Ich glaube nicht, dass ich da durch kann, oder? Ne, natürlich nicht. Ja, Hup, da müssen wir noch einen dringen! So, lass mich raten, Cops und unbeschädigt oder Zeit? Das ist ein Coutage, das ist glaube ich das Auto, oder Countach, gleiche, nee, das ist der neuere. Gold, alles klar, zwei Minuten dreißig, machbar. Ja, leider kann ich dich abkürzen, ich hätte gerne hier nämlich mit die Abkürzung gefahren, dadurch habe ich die Zeit gespart, weil wir müssen aber ja mal rum erst. Oh, der liegt aber schön! Das ist so cool! Ah, nimm deine Scheißkerre weg. Ah, nimm deine Scheißkerre. Das sind auch wieder so 15.000 Dollar Dinge, die halt ordentlich Asche bringen. Ah, nimm deine Scheißre. Oha, aber wirklich auf allerletzten Mini-Drücke, alter. Oder hab ich das Ding... Ja, ich hab's geschafft. 1,2,30 wäre das Maximum gewesen. 2,29, 4,3, aber egal, wir haben's geschafft. Ich hab mich zwar einmal kurz verzettelt, aber es haben wir uns doch zu mir gekriegt. Ich hab's zwischendurch auch ein bisschen sehr getrödelt. Mini-Geliefert, Ryder. Aha. Alles liefklappt. Aha. Was ist los mit dir? Gute Arbeit, der Kunde war zufrieden. Tut mir leid, ich bin ein bisschen abgelenkt. Ja, das merk ich. Ich hab Mist gebaut. Was ist los? Ich hab so eine Freundschaftsanfrage angenommen. Lass mich raten. Wir wurden gehackt? Ich hab nur auf einen Link von dir geklickt. OMG, Babypanda niest. Bye, dann. Danke, Kiddo. Danke, Kiddo. Was ist das? So, ich fahre nur ganz kurz in die Garage, das Auto in die Garage. Aber irgendwie habe ich das bisschen das Gefühl, dass das Auto nicht ganz sauber läuft. So, habt doch erstmal in die Garage das Ding. So, wir müssen jetzt die 100.000 zusammenbasteln. Weißt du, vielleicht solltest du Speedy nicht so viel Druck machen. Chill mal ein bisschen. Ich finde, wir könnten uns alle mal ein bisschen entspannen. Sieg oder Niederlage, ist doch egal. Es geht doch auch um unsere Freundschaft, oder nicht? Du hast mein Selbsthilfebuch gelesen. Ziemlich gut, hm? Ich meine ja nur, wir sollten uns alle Optionen offen halten, uns anpassen. Hab neulich eine Befühlbahn Fisch gesehen, der zu Sand werden kann. Zu, äh, zu Sand? Ja, genau. Mutter Natur zeigt... So, und das machen wir dann in der nächsten Episode, dann fahren wir, tritt mal so ein bisschen aufs Gas. thritt mal so aus. Vielen Dank.